gefunden? Wo sind die Kinder? Die hab ich ins Dorf geschickt. Die bringen dem Kaufmann die Einkaufsliste. So spät noch? Hast du heute was gefunden? Ein paar Bleche. Nicht sehr groß, aber dafür kaum Rost. Ein paar Bleche. Wie lange, glaubst du, sollen wir davon leben? Ich werd schon was finden. Ich mein das ernst. Wenn du nicht bald mal endlich was richtig Großes findest, dann werden wir hier noch alle verhungern. Ich brauch ganz gerne. Ich hab noch mal ein paar Sachen. 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 Ich hab noch mal an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017